Einen wunderschönen Herzlich Willkommen bei, ja, wie auch immer, hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Video zum Thema Halloween. Ich weiß, es kommt eher am einen Tag vorher oder am selben Tag. Ähm, das weiß ich gerade noch nicht. Ja, ich habe ein paar Sachen für Halloween herausgesucht und mir auch gekauft und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Einmal ist dann dieses wunderschöne Ding hier. Das ist eine Hefte, die habe ich letztes Jahr, ähm, der Kauf für den Bauwagen. Und, ja, für Halloween nächstes Jahr war dann auch vor einem Jahr. Ja, und die kann leuchten. Ja, die kann leuchten. Hat irgendwie auch nur 10 Euro gekostet bei Real. Und ich finde die immer noch sehr, sehr süß und lustig. Aber machen wir mal mit der zweiten Sache weiter. So, einmal haben wir hier was. Da ist mir ein Brief angekommen. Und was da drin ist, sind Handschuhe. Link packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Kielett Handschuhe. Aber machen wir mal weiter. Als nächstes haben wir dieses Paket hier bekommen. Hier ist schon ein bisschen groß. So, und, ja. Ähm, da haben wir einmal dieses Ding hier. Spinnengewebe. Ähm, ich habe das selbst noch nie ausprobiert. Ob das vertaugt, das sehe ich erst am Halloween. Aber ich hoffe mal sehr, dass es vertaugt. Ja, machen wir dann einfach mal weiter. Als nächstes haben wir wieder so ein super großes Ding hier. Ich habe da auch schon mal reingeschaut. Ich weiß auch, was drin ist. Und so eine Halloween-Maske drauf. Die sieht auch unheimlich aus, sage ich euch. Sehr, sehr unheimlich. Und, ja. Hat auch nur ein paar Euro gekostet. Ähm, ob die gut ist, keine Ahnung. Das letzte Teil, was wir hier haben, ist bisher eigentlich das schönste. Da steht einfach mal nicht knicken, was da auch immer sein soll. Und was soll es schon sein? Da, 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 da. Da haben wir einmal so ein Aufschrift Halloween oder Happy Halloween steht da drauf. Und da kann man dann Unisachen bisch. Ja, ihr seht echt wahrscheinlich auch nicht. Ja, hier, Happy Halloween. Kann man sich vorher noch was basteln? Was da raus? Und wie das dann auch sehen wird, das werde ich euch in ein anderes, vielleicht im Jahresrückblick-Video, mal dann einblenden lassen. So, Leute. Ich selber weiß noch nicht, was ich am Halloween-Tag nachher. Wahrscheinlich, wenn Halloween dann ist, werde ich wahrscheinlich wissen, was ich dann mache. Ich weiß da nicht, aktuell noch nicht, wo ich das Video aufnehme. Ich sage einfach mal euch einen wunderschönen Happy Halloween. Habt noch eine schöne Zeit und staubt auch super viel wach ab. Süßes oder saures, das ist das Sprichwort wie jedes Jahr. Aber der 31. Oktober ist nicht gleich Halloween, sondern auch Reformation-Tag. Was das ist, das werde ich euch wahrscheinlich nächstes Jahr hier auf meinem Kanal erklären. Und dann bin ich wahrscheinlich vielleicht auch zu sehen. Dann würde ich sagen, noch einen wunderschönen guten Tag von meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Nächste Woche kommt ein neueres Video. Tschüss. Tschüss.